Hallo Freunde! Ich heisse von mir heute ein sehr toller Tag, weil, als ich die Radio ansette, vernahm ich das News, dass die Freunde von Super aufhören, mit Musik zu machen. All die Freundschaft ist auf einen Mal vorbei. Und dann ist es in der Linie ein Jammer, dass sie mich stoppen. Aber bei uns in Deutschland herrscht das Gesetz, man soll sich nie durch den Konkurrenz schlagen lassen. Und was passiert? Auf das erste Mal hab ich gedacht, würde ich mir erhängen. Aber das nützt keiner. Freunde von Super, Kujong, Flüppig, Gammer, Baderoff, ich werd eure Hits vermissen. Hits wie Honversame Nordeklute, und Tuba, Tuba, und so weiter. Auf der Bühne ist es jetzt leer. Von diesem Platz aus, und da muss ich ein Ding noch holen, einen Augenblick! Wir werden uns mal wiedersehen. Au revoir. Lebt wohl. Und wenn ich ein Ding darf, darf ich mal eure Freundinnen nützen, weil die braucht ihr jetzt auch nicht mehr. Komm doch mal vorbei. In Bayern. Dann können wir da noch mal ordentlich saufen. Aber für jetzt sage ich ein Ding. Tschüss. Es wird nicht mehr gesoffen. Normalerweise würden wir uns alle völlig zum Schrott saufen, alle zusammen. Aber das nützt jetzt total nichts mehr. Wo sich der ganze Verein von all die Mediengiganten auf auch stürzen werden. Den Fernsehen ist da. Der Radio ist da. Und wieso? Weil die die Taschen füllen wollen, meine Freunde. Ich sage Tschüss. Lebt wohl. Bis nächstes Mal. Aber ab heute wird kein Bier mehr getrunken. Tschüss. Super. Ihr wart einmal. Dann kann auch ich besser am Wasser gehen. Auch das gelingt mich nicht mehr. Super. Tschüss. Tschüss.